Das periphere Sehen ist mittlerweile in aller Munde, denn es ist nicht nur wichtig, was du eben scharf siehst, sondern was du auch in deiner Umgebung wahrnimmst. Und wie du das effektiv trainieren kannst, was es mit diesem Chart auf sich hat und was dir das konkret im Spiel alles bringen kann, das erfährst du im heutigen Soccer Kinetics Video. Viel Spaß! Peripheres Sehen, was bedeutet das eigentlich? In ein, zwei Sätzen erklärt, deine Augen können nur ein Ziel scharf fixieren und der Rest, die restliche Umgebung, nimmst du unscharf wahr. Es ist wie auf einem Foto. Auch hier kann die Kamera nur ein Ziel wirklich scharf fixieren und den Rest eben unscharf abbilden. Du kannst jetzt gerne das Video kurz stoppen und das einfach mal ausprobieren in deiner Umgebung, wo du gerade bist. Fixier mal einen Punkt scharf und versuch mal ganz bewusst dieses periphere Sichtfeld, also alles, was drumherum ist, unscharf wahrzunehmen. Erkennst du da vielleicht dann Gegenstände, Personen, obwohl du noch nach wie vor dieses eine Ziel scharf fixierst? Darum geht es im Fußball mittlerweile. Das periphere Sehen findet zum Glück auch im Amateurfußball immer mehr Anklang und man hat auch erkannt, dass es relativ einfach trainierbar ist. Denn natürlich ist es entscheidend im Fußball, wenn du zum Beispiel den Ball fixierst, dass du freie Mitspieler, dass du Gegenspieler, dass du das Tor siehst. Und wie du das trainieren kannst, dafür besprechen wir jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir trainieren das periphere Sehen integriert im Fußballtraining. Tolle Übungen dafür findest du im Soccer Kinetics Trainingspaket. Hol dir gerne jetzt hier unten in der Videobeschreibung den 7-Tage-Gratis-Zugang und schau dir einfach vor allem die Ebenen 2 an, wo wir dann jede Übung mit einem visuellen Element erweitern. Und dann hast du zum Beispiel mit einem Training mit der Augenklappe, wenn du dann dein dominantes Auge abdeckst, hast du die Möglichkeit, eben dein schwächeres Auge so aufzutrainieren, dass du auch das periphere Sehvermögen da effektiv verbessern kannst. Die zweite Möglichkeit ist das isolierte Wahrnehmungstraining. Und dafür haben wir dir auch im Soccer Kinetics Trainingspaket einen kompletten Visualzirkel bereitgestellt, in dem wir neun Übungen für ein isoliertes Augentraining verfilmt haben. Es ist das erste Augentrainingskonzept im Online-Format überhaupt. Also sichere dir gerne jetzt hier unten deinen 7-Tage-Kostenfreien Zugang und schau dir die Übungen gerne an. Und da findest du eben unter anderem die Übungen auch für das periphere Sehen, die machen wir hier mit diesem Peripheral Awareness Chart, das du dir dann auch in den Downloads sichern kannst. Also du siehst hier eben in der Mitte dieses X und dann hast du drumherum die restlichen Buchstaben. Und im Training geht es jetzt eben genau darum, wir fixieren jetzt dieses X hier scharf. Du hältst es ungefähr hier 50 Zentimeter im Abstand zu dir, hüftbreiter Stand, gerade Wirbelsäule und dann fixierst du eben dieses X hier und versuchst dann bei fixiertem X diese Buchstaben in der Umgebung hier wahrzunehmen. Also genau das, was wir gerade besprochen haben und damit hast du wirklich ein effektives Training deines peripheren Sehvermögens. Und das Ganze kannst du dann natürlich einen Durchgang mit beiden Augen, dann deckst du ein Auge ab mit der Augenklappe, machst das Ganze nochmal einäugig, dann mit dem anderen Auge und dann abschließend nochmal beidäugig. Und dann hast du vier Durchgänge und hast dann heute schon innerhalb von ein, zwei Minuten was für dein peripheres Sehvermögen getan. Und das, wie gesagt nochmal, ist eben entscheidend im Fußball, wenn du ein starkes peripheres Sehen hast, wenn du ein weites Blickfeld hast, wo wir die Dinge gut erkennen, dann sind es mittlerweile auch Dinge, wo Scouts ganz explizit darauf achten, wo auch in NLZs zum Beispiel schon in Aufnahmetests geschaut wird, wie groß ist dein peripheres Sehvermögen und dein Blickfeld. Und deswegen starte gerne jetzt mit deinem Training, hol dir den 7-Tage-kostenfreien Zugang unten in den Downloads und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, dein Simon Janz. Das war's. Und da muss ich dir, FAR's. Aber das war's. Oh, das war's. Bis zum nächsten Mal.